Na gut. Wir müssen irgendwie diesen Schlüssel bekommen. Es wird einfach nicht Tag. Hey. Ich werde ihn zurückkommen. Wow, was für eine Wahnsinnsunterhaltung. Es ist nicht viel, aber hier. Für den Mann. Oh, danke, Lee. Er hat es. Das ist süß, Lee. Wie machen wir es? Wenn Sie sich nicht interessieren, glaube ich, dass meine Familie und ich noch ein bisschen resten werden. Let me know, ob dieser Arschlusser da oben da für die Schmerzen nimmt. Du hast es. Okay, wir haben die abgecheckt, wir haben die anderen abgecheckt. Wir haben ihn abgecheckt. Hier. Ich bin finder etwas zu essen. Oh, um, danke. Du bist willkommen. Du bist sicher, deine Frau nicht zu essen? Sie ist gut. Ich bin zu halten, dass sie sie fit und watered sind. Du bist ein guter Geist. Danke. Okay. 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 You're a pretty good shot. Well, you don't fuck with a reporter. Especially one that's three days out from her last cup of coffee. You ready to head out? You got it. You? Yeah. Let's go. Dann lass uns mal gehen hier. Ach, die gehen jetzt einfach so rum. Und vorher, noo. Get down. Die riechen doch die nochmal. Ich weiß, es ist in der Serie. Sie sehen das? Ja, so habe ich es. Ich bin bereit. Be ready to shoot. Guys. Oh, man. Ich bin glatt, du bist hier. Jesus, Glenn. Das war nicht so schwer. Kannst du uns raus raus, bevor die Dinge uns bemerken? Nicht yet. Es gibt ein Survivor trabiert da. Nein, wir müssen jetzt gehen. Nein, wir müssen jetzt gehen. Listen, ich war da hier für Gas. Und dann, da oben in der Körner room, ich hörte grünen von innen. Wer ist es? Es ist eine Frau. Wir sprachen, und sie hat Angst. Ich war zu versuchen, um sie zu helfen, und sie hat angefangen, und sie hat angefangen, und sie hat gesagt, dass ich mich verletzt. Ich versuchte, um sie nicht zu verletzten, und das ist dann alle diese Leute aus der Forst. Die Freunde von Glenn ist schon, äh, kann es okay. Wenn man das mal so nebenbei erwähnen darf. Oh Gott, da ist viel Arbeit. Okay, da ist einiges zu tun. Oh Gott, da ist einiges zu verletzten. Oh Gott, da ist einiges zu verletzten. Ja, das ist das nächste Problem. Oh Gott, da ist einiges zu verletzten. Wie kommen wir da leise hin? Wie komm ich da rüber? Wenn ich nur umgucke, geht er da hin? Wobei, vielleicht geht's ja doch nicht im Ding. Was machst du mit dem? Ich weiß nicht. Hast du keine Tricks, um in die Fahrzeuge zu kommen? Nicht ohne Geräte, oder mit einem Geräusch zu machen. Und keine mit Pillen. Okay, sonst ist das hier nichts, vielleicht ist das auf der anderen Seite irgendwas. Wir kommen langsam weiter. Euch. Oh Gott? Oh Gott. Unsinn. Du Oscillierst. Das ist ja einiges zu verletzten. Das ist ja einiges zu verletzten. Haha, surprise. Das ist wie eine Axt. Das ist awesome. Das ist wie eine Axt, verdammte Scheiße. Das ist ein Pig in der Kugel. Warte, lass mich sehen, die Sparkplug. Die Porcelain in diesen Sachen schreit die Fahr-Wendem als Tissue-Aber. Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Okay. Oh, okay. That could scramble up rain pretty good. That's exactly what I was thinking. We can hide by that RV, if we're quiet and keep our heads down. I hope that girl is okay. There gets good. Uh oh. They see us again. I hope that this is right here. I hope that this is right here. We kill him! Nice! Thanks for having my bag. For sure. Okay. And it's gonna be uxt. Dude, where'd your weapon go? Into that nice big sized hole. Holy shit. It's cool. Now we've got this. Are you two done? Two more. That should help me. Why don't you guys lie behind just in case this goes to hell? Okay. We'll be right behind you. Okay. Whoa. You're a rat. Let's go. Come back. Das ist gut, die Wünschungsbretel. 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 Die Wünschungsbretel.